Mein Name ist Sven Bartlitz. Wir sind hier in Bellheim. Von der neuen Kinderstagesstätte am Hasenspiel. Wir haben hier Fenster und Türen saliert, nach den neuesten Richtlinien. Wir haben hier Fenster und Türen saniert, Postenriegelanlagen gebaut und haben heute momentan noch Glasscheiben ausgewechselt. Mit unserem Roboter, um die Arbeit im Wesentlichen zu erleichtern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017